Vom 14. bis 18. März findet in Hannover mit der CeBIT wieder die weltgrößte Messe für Informationstechnik statt. Gewinne eines von 10 Tickets und gehe mit QSO4U auf eine der wichtigsten IT-Messen der Welt. Alles was du dafür tun musst, ist eine Frage beantworten. QSO4U berichtet seit einigen Jahren immer wieder von der CeBIT und anderen Messen wie z.B. der Gamescom in Köln. Was war die erste CeBIT, von der wir berichteten? War es A, CeBIT 2008, B, CeBIT 2009, C, CeBIT 2013 oder D, CeBIT 2014? Den Link zum Gewinnspiel findest du in der Videobeschreibung oder im Artikel auf unserer Internetseite. Kleiner Tipp, unter cebit.qso4u.com findest du alle Beiträge zu CeBIT. Hier kannst du nach dem ersten Beitrag suchen. QSO4U wünscht viel Glück und Spaß auf der CeBIT 2016. just im Internetseite. Untertitelung des ZDF, 2020